Hey, wir trennen hier unseren Müll. Wir sind ein ordentliches Haus. Du kannst gut zuhören. Ich sag's nur mal so. Du hast gute Umgangsformen. Was ist denn bei euch da unten los? Viele Leute in die Luft gesprengt. Was heißt bei euch? Du bist jetzt Araber oder nicht? Du bist souverän. Du stehst über den Dingen. Hey, das hat's verrotten. Verpiss dich mal! Hau auf, man, du dreckige Kanacke! Hau auf, man! Verpiss dich! Du magst den Umgang mit Menschen. Und dir geht das trotzdem alles auf die Nerven? Uns auch. Rassistische Gewalt ist kein Problem Einzelnen. Respondens. Beratung für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt. Ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank.